Wer seid ihr? Ich bin Giovanni. Entschuldigt bitte. Giovanni Gasconti. Ich bitte euch, nehmt diesen Strauß der wunderbaren Blüten. Fangt! Ich danke euch dafür, Senior, und ich werd' ihn wohl behüten. Doch ich muss fort, es ist nun Zeit, mein Vater wird schon warten. Ich hoffe auf ein Wiedersehen in diesem schönen Garten. Lebt wohl!